hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren video hier und auf diesem kanal gefordert heute zeigen wir mal epic games hat ja schon mal gesagt dass sie die noobs die halt nix hinbekommen also wirklich total schlecht sind dass sie deren schüsse pushen das bedeutet erstens sie treffen mehr bzw besser zweitens ihre hits werden besser und dadurch machen sie mehr schaden aber trotzdem materielle waffe normalerweise maximus anschauen wir haben uns nur gewundert was sie abgegangen ist weil da zu zweit gegen einen abgekackt der irgendwie ziemlich also er sofort hat er war eigentlich schlechten solche es kann ja eigentlich nicht sein dass er so schlecht war weil hat uns beide fertig gemacht so nahm uns die wiederholung angeguckt und jetzt schauen wir mal was hier passiert und das verstehe ich überhaupt nicht also ab sofort die grüne pump macht 380 schaden so also da halt er sich hoch der sofort bricht jetzt von oben durch die decke also ich komme jetzt hier oben durch genau hier ihr seht es nicht mal er hat nicht mal so viel leben so ich gebe ihm einen shot und er gibt ihm 380 schaden und jetzt macht er im moment lassen noch mal weiter laufen er macht er jetzt noch mal schuss auf dich und es sind noch mal 380 schaden noch mal 380 für ihn wird das zu 100 prozent als 200 eingetragen 100 prozentig sicher aber epic games traut sich halt nicht was sind 380 schaden wir haben wir hatten mal geguckt vorhin so normal so ich gehe jetzt hier übrigens rein ich sehe ihn erst mal noch nicht aber ich gehe jetzt hier rein die heavy sniper macht 370 schaden so achtung ich gehe jetzt hier rein gibt ihm einen shot sieht ihr das wie lauer ist 150 so da seht ihr auch dass es kein bug sein kann weil bei mir wird genau das angezeigt was ich auch gehabt hat 150 geld und eines und er gibt mir ein 380er mit der grünen pump wohlgemerkt mit einer grünen pump gibt er ein 380er treffen ja dadurch ist es jetzt klar wie würde wie würde das jetzt sagen unser ja ist der tsm das kann doch nicht sein 380er damit seht ihr jetzt ich kann noch mal ganz kurz ich kann das nicht glauben ich kann euch mal zeigen da ist der not not default hier obwohl er default ist auch wieder geil lifetime erstmal lifetime einen einzigen sieg eine 0,2er winrate 297 kills und eine 0,65er kd und in der season 7 hat er seinen ersten win anschein gemacht hat einen win eine einprozentige win chance 104 kills und eine 0,4 0,54er kd also ein kompletter noob seine best games sein bestes game war 4 kills und sein zweitbestes game war 0 kills geil 380er handy 380 mit einer grünen pump wohlgemerkt mit der blauen geht es auch nicht ja leute damit seht ihr die news werden bevor kannst du kannst du das kann mal zeigen noch mal damit den was die waffen hast du nicht mehr drin doch kann ich schon aber die können sich ja selbst nachgucken sucht einfach mal auf google nach fortnite weapons damage und dann werdet ihr keine waffen finden also ich da gibt es keine ne mit 380 schaden machen kann so und ich denke mir leute warum werden die noobs bevorzugt ich verstehe das nicht epic has benutzt ja als ja ausrede noobs treffen ja so wenig und nicht dass die das spiel quitten blablabla na ich schon gesagt so in der gleichheit als er denen das gesagt habe ich dachte mir das ist mir doch egal hä jeder jeder muss besser werden und niemand also die ogs niemand von den ogs hat es geschenkt bekommen jeder musste von selbst umhören so gleich zählen zum beispiel nicht dazu als dieser nun einfach von den dingen her höher gerankt wird und deswegen verstehe ich absolut nicht wie man den noobs bessere hits geben kann als denjenigen die sich das selbst erarbeitet haben ich meine okay wenn man jetzt sagt okay da kann man lucky shot aber 380 schaden ja was ist denn das also sorry aber naja gut okay was will man machen wir wollten das nur mal zeigen demnächst nur mit der grünen pump rumlaufen der beste war für ever macht mehr mehr schaden also heavy sniper unglaublich also wenn ich das nicht so gefahren bin ich ein paar landet davon will ich dann händen koppel 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 koppel